Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit der Aldi Einkaufsliste im Wert von 50 Euro. Jetzt sind die ganzen, also es sind ja schon ein paar Prospekte draußen. Ich habe auch unter anderem ein Aldi Süd Prospekt gekriegt. Und solche Liste werden auch noch gemacht für Lidl und für Aldi und Lidl zusammen in verschiedenen Preiskategorien. 50, 100 und 150 Euro. Ja, also es gibt ja Leute, die haben ein 50 Euro Budget. Es ist schon viel Geld, Leute. Man kann wirklich viel damit anfangen. Und können sich dann in einem Laden vergnügen. Bei mir war das früher auch so. 50 Euro beim Aldi hatte ich. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, was ich kaufen würde und was ich auch zumeist dann gekauft habe. Ich schlage hier der Lidl das den Aldi Prospekt mal auf. Mal kurz gucken. Ah, ja, hier sind die Sachen. Okay, also. Erstmal, genau, erstmal schreibe ich hier jetzt hin. Aldi 50 Euro Liste. Wenn ich jetzt hässlich schreibe, also meine Schrift ist sowieso nicht die allerbeste. Und ich muss auch noch so komisch in einer komischen Haltung schreiben. Also, wir haben jetzt mal die erste Seite aufgeschlagen. Ein bisschen wird jetzt herangesoomt. Und hier sehen wir ganz viele Batterien und so. Aber die sind alle schon, die sind alle jetzt schon ziemlich teuer. Jetzt 20 Euro, nochmal 20 Euro, 25 Euro, sogar 30 Euro. 50 Euro, kann man es gar nicht leisten haben. Weil die Liste, ich könnte es natürlich auch Scarf Diamonds ausschreiben und das Video wäre auch vorbei. Aber das würde euch nicht helfen, weil die würde ich nicht empfehlen, 50 Euro, wenn man 50 Euro zur Verfügung hat. Auf der nächsten Seite sieht es schon besser aus. Hier. Hier sind auch relativ tolle Riegen. Ich würde hier zur Wolfblood greifen. Habe ich auch immer getan. Wolfblood damals hast du noch 9 Euro gekostet. Jetzt kostet die 8 Euro. Machen wir es mal. Das ist die erste Batterie, die ich jetzt ausschreibe. Die erste ist die Wolfblood. Und die hat einen Preis von 9,99 Euro. Okay. Ja, das ist ja täglich schon auf der Liste. Es trägt noch eine große Batterie, die auch, ja so als Highlight für Silvester. Habe alles direkt eingeplant. Auf der nächsten Seite sehen wir schon mehrere Sachen, die in unser BG gut passen. Da können wir direkt mal solche Fontänen. Die finde ich immer ganz interessant. Die habe ich jetzt neuerdings auch so ein bisschen für mich entdeckt. Und ich würde in diesem Fall die Pro Toys nehmen. Die sieht gut aus. Finde ich vom Effekt her. Und kostet nur 3 Euro. Ist also genau unser Ding. Also ich selber, ich habe etwas mehr Geld zur Verfügung. Und ich werde die Pro Toys auch kaufen. Ja. Und hier haben wir jetzt eine Batterie, die nennt sich Tristan. Die sieht ganz abwechslungsreich aus. Bietet uns 30 Sekunden Feuerwehr, Kaliber 20 mm. Mal kurz zum Effekt. Es ist eine Multi-Effekt-Batterie, die hier steht. Zur Artus würde ich dann nicht mehr greifen. Und dann schlage ich mal 1 Euro drauf für die Tristan. Ja. So würde ich das machen. Die Tristan holen wir uns für 4,99 Euro. Ideal. Ah. Sieht schon schön aus. Haben auch eine Batterie, die wir zünden können. Noch mehr Höhenfallwerk. Und ich sage von der Seite, wer ist das sogar schon? Mit paar 7 Euro. Ne. Für Leuchtkuchen. Und hier 300 Pfeifer brauchen wir jetzt auch nicht zwingend. Als nächstes haben wir natürlich, na für 30 Euro, schon ein bisschen heftig. Aber hier haben wir als Art of Lights. Das bietet uns eine große Vielfalt. Ich zoome mal kurz ran. Hier. Das bietet eine große... Moin. Das bietet eine große Vielfalt. 9,99 Euro. Und wir haben kleine Batterien dabei. Wir haben Fontänen, römische Lichter. Römische Lichterbatterien. Also Top-Teil, würde ich jetzt mal sagen. Und die habe ich auch immer gekauft, das ist Art of Lights. Früher hieß das... Wie hieß das früher nochmal? Milano hieß das früher. Da haben wir es. Also Art, schreibe ich direkt mal auf. Art of Lights. Das passt so gut hier in unser Budget rein. 10 Euro. Und wir haben ganz viel. Damit können wir auch viel am Abend reißen. Dann haben wir hier direkt das Big Bang. Also Böller. China-Böller müssen immer dabei sein. Und was auch immer dabei sein muss, für mich zumindest den Cubis. Da packen wir uns beides mal direkt ein. Damit haben wir nicht den Big Ben. Mit dem Big Ben, genau. Mit dem Big Bang können wir auch viel machen. Also damit haben wir richtig auch Spaß am Silvester. Sind nicht direkt schon fertig mit unseren Sachen. Dann holen wir das Big Bang. Und dann würde ich sagen, holen wir uns die Cubis auf jeden Fall auch noch. Ja, genau. Cubis schreibe ich jetzt mal hin. Auch für 1,99 Euro. Super Sache. Relativ günstig alles. Und jetzt fehlen uns natürlich noch Raketen. Ah, perfekte Raketen. Und wir haben noch, wenn wir mal gucken, wir haben noch ordentlich Budget über. Wir haben nirgendwo was für über 10 Euro gekauft. Alles also easy. Und da würde ich direkt, damit wir auch ordentlich was haben in unserer Familie und allen, die zugucken und sowas bieten können. Noch zusätzlich würde ich das Lancelot kaufen. Mein riesiges Raketen-Sortium mit 18 Raketen. Hier Premium-Raketen. Ich zeig's mal kurz. Die kaufe ich auch jedes Jahr. Das ist auch ungefähr hier die Sortierung, die ich auch immer gekauft habe. Einzige, was nicht dabei war, war Tristan und hier die Pro Toys. Dafür halte ich dann immer irgendwas anderes, was es jetzt nicht mehr gibt. Ja. Aber das Lancelot. Das gönnen wir uns jetzt auch noch. Ja, schreibe ich mal kurz auf. Lancelot. Für 17,99 Euro. Wir haben das Geld ja noch über 17,99 Euro. Und im Endeffekt, dann wären wir schon durch. Wir gucken mal kurz auf der nächsten Seite. Ich glaube, da ist nichts, was uns so interessieren könnte. So. Ja, Wunderkerzen. Kategorie 1. Alles brauchen wir jetzt nicht. Wunderkerzen können ja unsere Eltern kaufen, wenn sie es haben wollen. Aber eigentlich bräuchten wir davon nichts mehr. Wir wären jetzt insgesamt bei 49,93 Euro. Das wäre unser Preis. So sieht unsere Liste aus. Wenn ihr es mal anguckt. Schicke Sache. Wir haben hier eine Batterie. Eine Batterie, die ein Highlight darstellt. Genauso wie 18 Raketen, die auch ein Highlight sind. Die Pro Toys. Eine schöne Fontänenbatterie. Tristan. Nochmal eine kleine Batterie, die wir vor der Wolfplatz zum Beispiel anzünden können. Dann Art of Lights. Dann sollte wir, wenn wir viel Spaß haben werden an einem Abend. Weil es viele Sachen bietet. Ich glaube so 218 Artikel sind das. Die alle auch ganz relativ groß sind. Da ist Big Bang. Hier ein schönes Böller-Sortiment mit einer bunten Mischung. An der bunten Vielfalt an Bödern. Und der Klassiker, der einfach nicht fehlen darf. Die Kubis. Die Bombenohre zum Beispiel würde ich weglassen. Ich weiß nicht. Die finde ich jetzt nicht so gut. Statt dem Bombenohreum, statt 10 mal anzünden, kaufe ich mir lieber hier 50 Böller und 6 Kubis. Wäre jetzt meine Meinung. Ja, so fände ich das top. Ich würde sagen, dass meine Liste stehen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Eine 100 Euro Liste wird jetzt auch noch folgen. Die werde ich auch noch machen. Genauso wie vom Lidl und Aldi werde ich mal eine Liste zusammen machen. Im Wert von 150 Euro. Wenn euch die Videos interessieren, dann abonniert sehr gerne meinen Kanal. Verpasst ihr die Videos nicht. Ja, da würde ich sagen, genießt die Vorfreudezeit, Leute. Hier, es gibt die ganzen Prospekte ja jetzt schon. Also langsam müssten auch alle Prospekte mal draußen sein. Und es ist einfach nur herrlich. Prospekte wälzen und Listen für sich selber schreiben. Ihr könnt ja mal selber in die Kommentare schreiben, was ihr kaufen würde für 50 Euro und was ihr generell von eurem Budget jetzt kauft. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Und bis dann.